Moin moin, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Realm Royale News Video. Ja, falls ihr euch in den letzten Tagen gefragt habt, hey, wo sind die Realm Royale Videos eigentlich geblieben? Es ist so viel passiert, wir haben den Trainings Ground bekommen, wir haben so viele Waffenänderungen bekommen. Ich habe das Spiel in den letzten Tagen tatsächlich sehr viel gestreamt und es sah so aus, dass ich ein bisschen krank war. Das heißt, die Videoproduktion war ein bisschen schwieriger, aber wir springen jetzt wieder rein. Das heißt, es wird neue Realm Royale Videos geben, Gameplay, aber auch News. Und wir wollen uns heute in ein Thema reinstürzen, das gestern sehr aktuell reinkam und das ist die Enthüllung des ersten Battle Pass. Bevor wir uns jetzt mal angucken, was drin ist, würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal ganz kurz den Trailer des Ganzen an. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber, denn es gibt noch was mehr, was ich euch zeigen möchte. Das sind ein paar neue Areale, die enthüllt wurden, kann man hier schon mal so einen kleinen Sneak Peek sehen. Aber wir starten einfach mal damit, dass wir uns den Trailer anschauen und dann gucken mal weiter. Ja, falls euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging. Keine Sorge, wir schauen uns das Ganze noch ein bisschen in Ruhe an. Aber wir haben hier den ersten Inhalt des Battle Pass 1 gesehen. So wurde er hier offiziell in diesem, hier sehen wir es, Battle Pass 1 Primal Awakening. Also das Ganze hat ein Jurassic Theme, ich wollte fast Jurassic Park sagen, Jurassic Theme. Und wenn wir uns diesen Battle Pass mal anschauen, viele Sachen davon kannten wir bereits schon. Das heißt, in der Vergangenheit wurden uns schon durch Leaks zum Beispiel die beiden Raptoren-Mounts bestätigt. Jetzt sehen wir, es kommt neben diesen beiden Mounts, kommt aber tatsächlich auch noch ein gepanzertes Pferd hinzu, was ich persönlich tatsächlich sehr, sehr schick finde. Sieht richtig gut aus. Aber natürlich die Raptoren hier die absoluten Stars in meinen Augen. Was ganz interessant ist, was wir hier auch sehen, und das haben wir uns auch schon mal in einem kleinen Leak-Video angeschaut, sind diese neuen Skins. Wir können es uns hier mal ganz kurz nochmal anschauen, dann sieht man es ein bisschen besser. Dass diese Skins sich tatsächlich, Sekunde, ich blüte mal eben kurz, dass diese Skins sich tatsächlich upgraden lassen oder verändern. Wir sehen hier, die Farben verändern sich ein bisschen. Das haben wir uns schon mal angeguckt, gerade auch den Helm. Wenn wir uns hier mal vom potenziellen Krieger-Skin den Helm anschauen, dass der sich auch upgraden lässt. Also sehr interessant, auch hier sehen wir es mit dem, ich glaube, das hier soll der Jäger sein. Also finde ich super cool, dass Skins reinkommen. Wir wissen nicht, ob es noch die beiden sind, ob es mehr sind, ob jede Klasse einen bekommt. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ich vermute fast, dass jede Klasse zumindest ein Skin bekommt. Aber zumindest zwei hat man uns hier angeteasert und die drei Mounts. Dann das Nächste, was wir gesehen haben, sind ja hier diese Lande-Effekte, die so ein bisschen an den Meteoriden erinnern sollen, der die Dinos ausgerottet hat. Finde ich euch auch ganz cool von der Idee her. Dann sehen wir hier ein paar neue Emotes, die ins Spiel integriert werden. Und zwar vier Stück. Also wir sehen zum einen hier eine neue T-Pose, die ja so ein bisschen mich an Gladiator erinnert. Seid ihr entertained? Also einfach so stehen, Arme ausstrecken und war das alles, nenne ich es mal. Wir sehen aber hier auch genauso noch einen Jubel. Gucken wir uns auch noch mal ganz kurz an im Hintergrund. Dann sehen wir eine Salut-Geste, die ebenfalls vorne links vom Magier gezeigt wird. Und wir haben noch den Assassinen hier vorne, der so ein bisschen eine Crying-Pose macht. Also auf jeden Fall vier neue Emotes, die drin sind. Plus, es ist ein Chicken-Dance drin. Also es soll, wir sehen es hier, man sieht es nicht so ganz gut, aber in dem Moment jetzt hier, zack, das, was mit den Händen gemacht wird, das ist so typische Chicken-Pose- oder Chicken-Dance-Szene. Finde ich eigentlich ganz nice, dass man auch einen Dance reingepackt hat. Wobei das da hinten, wenn ich mir das so anschaue, das fällt mir jetzt im ersten Moment auf. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ist das synchron? Ne, ist ein bisschen anders, ne? Hier hinten wird anders getanzt. Und wenn ich mir das anschaue, ich weiß nicht, wer von euch Arrested Development kennt, aber das erinnert mich sehr stark an den Chicken-Dance aus Arrested Development. Huh. Aber ich bin hier gerade, hab hier gerade was entdeckt. Ja, tatsächlich. Also vielleicht spiele ich euch hier nochmal ein GIF ein, dann seht ihr, was ich meine. Wenn ich jetzt denke, wovon rät Sascha? Glaubt mir, das sieht so ein bisschen nach aus. So, dann haben wir hier neue Chicken-Scans, die diesmal Dinosaurier-themed sind. Kleine, wahrscheinlich wenn wir als Ei rumlaufen können, aber auch als ausgebrüteter Dino. Ich finde es so putzig. Also wir sehen hier insgesamt vier Stück plus, ich vermute, das hier sind die gleichen. Das heißt plus, äh, potenziell zwei oder drei unterschiedliche Eier, ist es schwer zu sagen. Ähm, ist aber auch geil, da ist ein bisschen Variation drin. Also ich frage mich hier, ob es tatsächlich vielleicht ein, ähm, ein Dinosaurier-Chicken ist, wo man dann vielleicht im Menü die Farbe anpassen kann oder ob es dann wirklich vier unterschiedliche Skins sind. Da müssen wir mal gucken. Ähm, ich würde es ganz cool finden, wenn man eigentlich Farbanpassungen drin hätte. Äh, wobei hier sehen wir noch ein weiteres, ne? Das grüne haben wir, glaube ich, gerade hier nicht gesehen, doch da oben ist es. Ja, das sind die Inhalte des Battle Pass 1. Wir wissen noch nicht, was er kosten wird, wir wissen noch nicht, wann er erscheint. Offizieller Wortlaut war, äh, wir sehen das hier nochmal, äh, ist coming soon. Und dadurch, dass man jetzt hier schon im Teaser anteasert, ich würde fast davon ausgehen, dass es diese Woche noch passieren könnte oder vielleicht nächste Woche. Eine weitere Sache, die wir uns ganz kurz anschauen wollen, ist, ähm, oder sind mehrere Postings, die der gute Chuck Winston rausgehauen hat. Das ist einer der, äh, wenn wir uns mal ganz kurz seine Jobbeschreibung anschauen, ähm, das ist einer der Art Director bei den Hi-Res Studios. Und der hat die letzten Tage ein paar neue Gebiete gezeigt, oder Gebietveränderungen. Zum Beispiel hier ein, äh, Cave-Update. Äh, wir können auch hier mal ganz kurz ins Vollbild gehen. Äh, ein Update für irgendwo eine schöne, ja, eine sehr schöne Region im Spiel. Ähm, keine Ahnung, wo die hingesetzt wird. Sieht auf jeden Fall super nice aus. Ähm, genau so hat man gezeigt, dass es einen kürzeren Wizard Tower gibt. Auch das ist super geil. Also, ich finde, diese Tower sind meistens viel zu hoch. Ähm, finde ich eine ganz nette Änderung. Wie hier steht, äh, kürzerer Tower, besseres Gameplay. Macht Sinn. Ähm, und dann wurde hier auch noch ein komplett neues Gebiet gezeigt. Das sieht für mich so ein bisschen nach Nordhafen hier aus. Ähm, ich denke tatsächlich, das könnte Nordhafen sein. Und hier gibt's so ein komplett neues Ruinen-Gebiet. Ich weiß nicht, wie ich's bezeichnen soll. Aber, ähm, das ist alles noch, wie auch hier steht, äh, in Progress. Also, hier ist das alles noch nicht fertig. Aber ich würd's ganz geil finden, wenn wir so ein paar auch so offene Areale hätten. Also, in so einem Haus kannst du dich halt immer drin verstecken. Aber in sowas hier, ja, dann nicht ganz so, ne? Ähm, sieht super spannend aus. Und, ähm, ich bin gespannt, wo's hingeht. Also, wir merken momentan super viele Entwicklungen rund um Realm Royale. Und, ähm, ja, es ist einfach spannend. Es ist in meinen Augen einfach sehr, sehr spannend. Ähm, sagt mir mal gerne, was haltet ihr von Battle Path? Was haltet ihr von diesen, ähm, Änderungen, die wir jetzt hier an der Map sehen? Oder die, die potenziell kommen, neue Gebäudearten? Ähm, wir sehen uns im Kommentarbereich. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und, ähm, ja, dankeschön, Freunde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020